Der FAZ vom 7. März, wie Lebensversicherer die Leistungen frisieren, da steht ein Artikel drin, Untersuchung von knapp 50 Lebensversicherungen. Nach durchschnittlich 14,5 bis teilweise 20 Jahren sind die eingezahlten Beiträge erst wieder erreicht, auf gut Deutsch, wenn einer hier in Ingolstadt in die Fußgängerzone geht, in ein Bettengeschäft, kauft so ein billiges Kopfkissen geblümt, was nicht mehr so modern ist, und legt da sein Geld rein, für einen Zeitraum von 14,5 bis 20 Jahren schlägt er jede Lebensversicherung. Ganz einfach, hat höhere Werte im Kopfkissen als jede Lebensversicherung.